hallo grüß euch also jetzt dauert es noch ein paar monate bis meine ersten trail running camps im nächsten jahr dann stattfinden aber ich sage es euch meine vorfreude ist schon so dermaßen groß auf die gemeinsamen zeiten die wir dann nächstes jahr leben werden und ich weiß es haben sich schon so viel angemeldet so viele die kennen die wieder zu einem camp kommen und das ist einfach wirklich mega ich bin voll dankbar für das dass ihr mit euch vertrauen schenkt und wieder gemeinsam unterwegs sind möchte ich nur ein paar infos geben weil ich immer wieder gefragt werde aber die anmeldungen es ist so dass jetzt jedes camp immer mit zwei coaches ist das heißt ich habe das in dem jahr schon meistens so gehabt dass ich mit einem freund oder freundin gemeinsam die mit trail running relativ viel umhurt haben gemeinsam das camp anbiete und das ist nächstes jahr bei allen camps so einzige ausnahme ist beim ladies camping hinterstoder da wird aber am tag zumindest die sandra kobelmüller mit gemeinsam unterwegs sein ja was heißt es jetzt weil öfters gefragt worden ist für welche gruppe melde mich dann an weil natürlich manchmal die ist sage ich mal die lauferfahrung und die wie weit dann schnell wer laufen kann ein bisschen auseinander geht es ist so es gibt eben die two levels camp und es gibt die fortgeschrittenen camps das ist das nächste jahr im schnallstoi in südtirol in karl markus die meisten anderen sind two levels camps das heißt da kannst du aus einsteiger und aus fortgeschrittener mitmachen und das schaut dann praktisch so aus dass wir ganz viel gemeinsam machen werden ihr braucht sich darauf vorab nicht für irgendeine gruppe dann einteilen zu die schnellen oder zu langsamen sondern wir kommen dort gemeinsam an wir starten gemeinsam in das camp wochenende wir werden die athletik übungen des mental training das werden wir alles auch gemeinsam machen teilweise draußen teilweise drinnen wir starten gemeinsam in den tag mit der morgen aktivierung wir beschließen den obend gemeinsam und wir werden unsere trail touren alle gemeinsam starten da gehen wir mal in ruhe ein machen wirklich ausführliches warm up starten in den tag was dann was dann im tag hat angesagt ist was für die tour dann angesagt ist und ich erkläre dann zwischendurch immer wieder dinge oder meine die die meine co-trainer co-trainerinnen wo man dann mit die mit unterwegs sind wir zeigen euch sachen wir lassen euch sachen ausprobieren und es ist kein durchlaufen also so höher schneller weiter wie schnell kann ich die 20 kilometer mit 1500 höhenmeter laufen das ist an die wochenende nicht es ist dann so dass wir je nach gruppe dann einmal sagen vielleicht so nach einer stunde eineinhalb dass die gruppe die zügiger unterwegs ist dann vielleicht mit mir und die macht und ein bisschen größere runde und ich erkläre ihnen da dinge und am nächsten tag wechselt man und da macht dann zum beispiel der colli die die gruppe die ein bisschen zügiger unterwegs ist das heißt da tauschen wir dann und meistens war es dann auch so dass wir den schluss dann wieder gemeinsam haben dass man sich dann auf der strecke wieder wo treffen wir haben pausenzeiten drinnen wo dann dinge erklär es kommen dann immer wieder fragen auf und wir haben den ganzen tag meistens zeit je nach wetter passen wir dann einfach die touren an das heißt da braucht sich überhaupt keinen stress machen wir starten dort gemeinsam und dann schauen wir vielleicht bis dann am anderen tag dann bei der gruppen dabei bei der anderen am anderen tag bei der und oft war es so dass wir den ganzen tag aus gruppen gehabt haben und vielleicht nur die letzte stunde dann erinnert mich colli zum beispiel im meyerhofen drinnen dass er dann noch extra runde gelaufen ist und es ist dann auch so dass ich das teilweise dann so mache wenn wir aus einem team unterwegs sind und ich merke ein paar haben gerade das gefühl dass sie ein bisschen schneller laufen möchten dann hole ich mir die zurück und lasse die anderen mit einem zweiten trainer trainerin nach vorne gehe und die machen in einem tempo was und ich bleibe dann mit einer gruppe hinten und arbeite da ganz gezielt und individuell dann an themen die für die gerade notwendig sind und das kann dann sein dass man planken dass man ausfallschritt kniebeugen machen dass man intervalle machen dass man keine ahnung was dann halt was dann halt in dem moment angesagt ist und dann ist es so dass man bergsprinze und sowas machen und dann die unter anführungszeichen langsammeln dann auf uns warten und dann starten wir wieder gemeinsam los genau also das nur vorab weil weil das recht häufig gefragt wird gefragt wird wenn du für camp interessiert schau das einfach an bei der ausschreibung in trainerincoach.at unter events findest du alle informationen wann sie du anmelden habe jetzt ein anwälteformular gemacht wo du gleich fix anmelden kannst oder eben auch noch nicht das kannst du ankreuzen und dann schreib ruhig deine lauferfahrungen rein also ich habe da ein paar fragen gestellt weil dann kann ich mich ganz gut orientieren okay wo stehst du und ist das camp für dich das passende es sei denn du kennst mich schon oder du bist sicher dass das camp passt kannst du direkt fix anmelden und unter offenen fragen kannst du dann auch sonst nur fragen einschreiben und die werde daran sehr sehr gerne beantworten genau und das haben jetzt auch schon einige gutscheine bestellt die möglichkeit gibt es auch dass du zum beispiel einen wertgutschein über 100 euro bestellst und den verschenkst und denn der kann dann von jemandem für camp eingelöst werden oder ein komplettes camp das verschenkt wird da hat es jetzt auch schon einige bestellungen übers christkind geben ja ich wünsche dir ich wünsche euch wunderschönen advent und ich freue mich schon richtig wenn wir nächstes jahr gemeinsam dann auf die trails unterwegs sind servus biert euch und ich freue mich auf den schönen Tag